Musik Mein Name ist George Yenni, ich bin Finanzchef bei Schinderschweiz. Im Rahmen der sozialen Verantwortung engagiert sich Schindler in verschiedenen Bereichen. Der heutige Nationale Suppentag vor dem Schweizerhof in Luzern ist eine gute Gelegenheit, auf Nahrungsmittelverschwendung auf Merzahn zu machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Rahmen der Partnerschaft Wasser für Wasser kommt jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eine hochwertige Edelstahlflasche nirgendwo. Das ermöglicht den Wasserkonsum und das Trinken auf ganz natürliche Art und Weise im Arbeitsalltag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020